Ich hatte von dem Unglück am Sonntag im Autoradio gehört. Auf meiner Fahrt zu einer Firmung kam die Nachricht durch, ein Bus mit Jugendlichen aus dem Kölner Raum ist auf dem Weg nach Assisi in der Schweiz verunglückt. Es gab 13 Verletzte. Sofort war ich alarmiert. Ich wusste, dass einige Jugendgruppen aus unserem Bistum an diesem Wochenende unterwegs waren nach Assisi. Und seit gestern die traurige Gewissheit, Elisa, eine 27-jährige Begleiterin, hat das Unglück nicht überlebt. Sie hatte diese Gruppe mit 25 Jugendlichen aus dem Brülau St. Ursula Gymnasium und aus der Kirchengemeinde Köln Kreuz Nord begleitet. Und so heißt es auf der Internetseite dieser Pfarrei, auch dieses Jahr die Wallfahrt mit ihrer Ausstrahlung und ihrem sonnigen Gemüt in ihrer fröhlichen und praktischen Art unterstützt. Warum erlaubt Gott solche Unglücke, ein solches Leid? Gestern Abend fiel mir dann ein Zettel in die Hand, da hatte ich mir Gedanken der jüdischen Philosophin Simone Weil notiert. Sie hatte über das Buch Hiob nachgedacht und schreibt, Zitat, fällt man in der Liebe bleibend bis zu dem Punkt, wo man den Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, nicht mehr unterdrücken kann. Und verharrt man an diesem Punkt, ohne aufzuhören zu lieben. Dann berührt man am Ende etwas, das ist nicht mehr Unglück, das ist auch nicht Freude. Das ist das reine, übersinnliche, Freud und Leid, gemeinsame, innerste Wesen Gottes. Seine Liebe. Zitat Ende. Ich weiß auch, dass das wahr ist. Ich durfte das einmal erfahren. Gerade wenn unsere eigenen Kräfte am Ende sind, wenn man ins Bodenlose stürzt. Ganz unten da, wo niemand mehr helfen kann, da begegnet man Gott selbst. Aber das ist schwer. Betet darum mit mir für die Familie von Elisa und für alle, die durch dieses Unglück so hart getroffen sind. Im Nachtgebet heute, 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar. Die Musik in Grenzen. Deine balloons wird am Ende ja immer wieder dringend hoch mit Truppen im Herzenrist торgen. Ansonsten encouraged zu very auf дев du und meinen Hüten, ultimaterada Auszeichen Teil jacket. drastically ist er nicht mehr für viele Herausforderungen Assimμεar aus. Vielen Dank.